Was gibt es bei Bobcat Neues? Herr Eisenwagen, was gibt es bei Bobcat Neues? Bobcat präsentiert zum ersten Mal einen E10, einen 1000 Kiloparger, voll elektrisch, den man fast vier Stunden betreiben kann, in der Mittagspause wieder aufladen kann innerhalb von einer Stunde und nachher wieder fast vier Stunden betreiben kann. Welche weiteren Schwerpunkte stellt Bobcat hier aus? Die weiteren Schwerpunkte sind E27, E35, sprich 2,5, 3,5 Tonnen Klasse, die neue Serie, die Kurzeckbagger sind und auch viele Neuigkeiten bieten können. Haben Sie viel Besuch aus Österreich? Wir sind sehr, sehr positiv überrascht über den Regenzustrom, den wir derzeit haben und hoffen, dass es auch die nächsten Tage so anhält. Danke fürs Gespräch. Gerne.